Herzlich willkommen zu den 19. Psych-Cast-News vom 12.10.2024. Heute mit wirklich interessanten Themen, darunter einem echt neuen Medikament gegen die Schizophrenie und einer ganzen Reihe von Fundstellen, die ich in den letzten Wochen so zusammengesammelt habe. Mein Name ist Dr. Jan Dreher, ich bin Psychiater und du befindest dich auf dem Psych-Cast-Kanal. Das erste ist ein ziemlicher Krachern. Also es gibt ein neues Medikament gegen die Schizophrenie, das nicht an den Dopaminrezeptoren ansetzt, das nicht die Dopaminrezeptoren blockiert und das deswegen wahrscheinlich auch viele Nebenwirkungen nicht hat, die bisherige Antipsychotika haben. Insbesondere hat es offenbar keine extrapyramidalmotorischen Symptome und vielleicht noch weitere Nebenwirkungen nicht, die klassische Antipsychotika haben. Da denkt man sich, kann das denn sein? Und wir gucken uns das Medikament mal an. Das Medikament heißt Xanomelin-Trosbium. Es ist eine Kombination von zwei Wirkstoffen. Ich erkläre gleich, warum. Das Xanomelin an sich ist ein Muskarin-Rezeptor-Antagonist, M1 und M4. Und das alles. Also keine Dopamin-antagonistische Wirkung, keine sonstigen Rezeptoren werden angegriffen. Nur der Muskarin-Rezeptor 1 und 4, die werden agonistisch beeinflusst. Und jetzt muss man wissen, es gibt einen Wechselkreis, einen Regulationskreis zwischen diesem Muskarin-Ergen-Wirk-Prinzip und der Dopamin-Freisetzung. Deswegen ist es absolut plausibel, dass das auch gegen psychotische Symptome wirkt. Und der zweite Teil dieses Medikaments, das Trospium, das ist ein Muskarin-Rezeptor-Blocker, also ein Antagonist, der eigentlich die Wirkung des Medikamentes aufhebt. Aber der kommt nicht ins Gehirn. Das heißt, der hebt die Wirkung des Medikamentes am ganzen Körper auf, nicht aber im Gehirn. Und das braucht man, denn dieses Xanomelin, das wurde vorher anders eingesetzt, aber das ist so ausgeprägt anticholinerg, dass es total viele Nebenwirkungen gemacht hat. Auf den Magen, Darm, Übelkeit, Schwindel, alles Mögliche hat es gemacht. Und diese Wirkung auf den Körper kann man eben mit Trospium reduzieren. Ins Gehirn kommt das Trospium nicht, da kommt nur das Xanomelin hin und da wirkt es offenbar gegen psychotische Symptome. Wirkt es denn? Ja, also die Zulassungsstudie, die allerdings vom Hersteller durchgeführt worden ist, wenn ich das richtig sehe, die zeigt, dass es den PANS-Score deutlich reduziert. PANS, das ist eine Rating-Skala für einen Fremd-Rater, für einen Beobachter. Wie stark die positiven und negativen psychotischen Symptome abgeklungen sind. Und ihr hattet eine gute Wirkung im Vergleich mit Placebo. Ich erzähle noch mal kurz die Geschichte, wie das entdeckt wurde. Das ist nämlich ganz interessant. Das Xanomelin alleine, also ohne seinen Nebenwirkungsmanager Trospium, das Xanomelin, wurde zunächst eingesetzt in der Forschung gegen Alzheimer-Symptome. Und damit der Frage, ob es den kognitiven Verfall bei Morbus Alzheimer verlangsamen kann. Das hat es auch getan. Man konnte aber auch sehen, dass es psychotische Symptome reduziert hat, was eine sehr willkommene Wirkung ist. Aber man konnte auch sehen, dass so viele anticholinerge Nebenwirkungen aufgetreten sind. Und wie gesagt, Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Schwindel, all die Nebenwirkungen, die anticholinerge Medikamente eben auf den Körper haben, dass es in weiteren Studien gegen den Alzheimer nicht eingesetzt wurde. 2012 hat dann die US-Pharmafirma Caruna Therapeutics das Medikament lizenziert. Und jetzt, da hat einer nachgedacht, haben die das eben kombiniert mit dem nur peripher wirksamen Trospium und dann unter dem Handelsnamen KXT weiterentwickelt. Und bislang scheint das eine glückliche Kombination zu sein. Also es wirkt, wie ich eben gezeigt habe, ganz gut auf die Positiv- und Negativsymptome der Schizophrenie. Und es hat halt sehr viel weniger anticholinerge Nebenwirkungen als das Xanomelin allein. Und darüber hinaus hat es eben nicht die Nebenwirkungen, die andere Antipsychotiker typischerweise haben. Andere Antipsychotiker, die bislang verfügbar sind, wirken ja alle als Dopaminantagonisten. Und deswegen machen die meisten in einer mehr oder weniger ausgeprägten Weise auch extrapyramidale motorische Symptome und andere typische Nebenwirkungen, die eben mit diesem Wirkprinzip verbunden sind. Das macht Xanomelin aber nicht. Es ist schon so, dass man auf die anticholinergen Nebenwirkungen immer noch achten muss. Also die gibt es immer noch. Aber man muss mal gucken, wie stark das in den üblichen Dosierungen dann ausgeprägt sein wird. In den USA ist das jetzt zugelassen. Wir werden deswegen jetzt auch mehr auch unabhängige Studien sehen und können dann beurteilen, wie gut es wirklich wirkt. In Europa gibt es noch nicht mal einen Zulassungsantrag bei der EMA. Aber das wird in den nächsten Jahren voraussichtlicher kommen. Ich wollte das berichten, auch weil man immer wieder die Frage bekommt, gibt es denn nicht auch mal irgendein neues Wirkprinzip in der Psychopharmakotherapie? Also das hier ist ganz sicher eins. Und den Studien nach ist das auch nicht nur so ein bisschen wirksam, sondern da sieht man ja schon eine ganz gute, deutliche Wirkung. Und zumindest in Kombination mit einem anderen Antipsychotikum, vielleicht aber in bestimmten Fällen auch alleine, scheint das eine gute Wirkung zu haben. Wie gut ist die Wirkung jetzt genau? Hier setze ich mir mal die Brille auf. Also nach fünf Wochen war der PAN-Score um 21 Punkte gesunken unter dem Medikament, unter Placebo nur um 12 Punkte. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und der Therapieeffekt von 0,61 ist ein mittelstarker Effekt. Also mehr kann man von einem Antipsychotikum kaum verlangen. Viel höher liegen auch andere Antipsychotiker nicht. 0,61, das ist wirklich völlig in Ordnung. Es gibt allerdings deutlich mehr anticholinerge Nebenwirkungen, als man das sonst so kennt. Das überrascht ja auch nicht. Obstipation hat unter dem Medikament 21 Prozent, unter Placebo 10 Prozent, Dyspepsie 19 versus 8, Übelkeit 19 versus 6, Erbrechen 14 versus 1. Also Übelkeit verursacht das offenbar schon. Wahrscheinlich muss man das langsam eindosieren und gucken, wer es verträgt. Aber kann natürlich gut sein, dass es manche dann nach einer Zeit gut vertragen. Kann aber auch gut sein, dass es manche überhaupt nicht vertragen. Nächstes Thema. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt, den ich empfehlen will. Heile Welt ist das. Und der berichtet von Leuten, die in der Medizin bereits gute und sinnvolle Sachen machen, an denen man sich ein bisschen orientieren kann. Ich kann mal über eine Folge erzählen. Die letzte zum Klima war auch sehr gut. Aber jetzt erzähle ich mal über die Unabhängigkeit von Leitlinien mit Professor Lempert. Und der berichtet beispielsweise, wie es wirklich zu der Erstellung von Leitlinien kommt und ob die wirklich komplett unabhängig sind von Pharmainteressen. Und da wird auch auf ein Tool hingewiesen, Leitlinienwatch heißt das, das beurteilt, wie unabhängig Leitlinien wirklich erstellt worden sind. Hier ist zum Beispiel mal eine relativ gute Leitlinie, also eine sehr gute Leitlinie meiner Meinung nach, die zu Demenzen. Und da wird eben auf mehreren Unterpunkten beschrieben, wie unabhängig die sind. Also Transparenz, Zusammensetzung der Leitliniengruppe, Unabhängigkeit der Vorsitzenden, Enthaltung bei Abstimmungen bei denjenigen, die doch irgendwie eine Verknüpfung, eine finanzielle Verknüpfung mit einer Pharmafirma haben, externe Beratung und Reduzierung von Interessenkonflikten. Und diese Leitlinie hat zum Beispiel elf Punkte. Das ist gut. Aber viele andere Leitlinien haben weniger Punkte. Und das ist ein interessantes Instrument, nicht nur um zu gucken, wie die Leitlinie, die man sich jetzt gerade anguckt, ist im Punkteunabhängigkeit, sondern auch um zukünftige Leitlinien natürlich dahin zu beeinflussen, wirklich unabhängig von Pharmainteressen die Meinungsbildung zu machen. Denn was die Leitlinien dann machen, das ist schon sehr wirkstark für die Meinungsbildung in den Behandlungsempfehlungen, die dann später umgesetzt werden. Auch empfehlen möchte ich die Episode Einen Tag in der geschlossenen Psychiatrie mit Tomatolix. Das ist ein Kanal, der ist sowieso ganz gut. Der probiert da immer mal Substanzen aus, beispielsweise auch Drogen, die man nicht selber ausprobieren möchte. Das ist ganz interessant. Und der hat jetzt auch Einen Tag in der geschlossenen Psychiatrie gefilmt, in der LVR-Klinik Viersen oder Mönchengladbach, ich weiß nicht mehr genau. Ist aber jedenfalls auch ganz interessant. Wie alles, was ich hier berichte, verlinke ich das im Newsletter und am Schluss zeige ich, wie du dich zum Newsletter anmeldest. Also da kannst du das dann alles verfolgen. Nächste Studie. Du alterst nicht linear, sondern mit zwei ausgeprägten Kipppunkten mit 44 und ungefähr 60 Jahren. Das ist ganz interessant. Also Autos, die altern ja kontinuierlich. Je mehr Kilometer die haben, desto älter sind die und desto älter fühlen die sich irgendwann bei 250.000 Kilometern auch an. Aber es gibt keine Kipppunkte. Und bei Menschen scheint das anders zu sein. Da sieht es so aus, als gäbe es zwei markante Kipppunkte. Einer so etwa mit 44 Jahren und einer so etwa mit 60 Jahren, wo sich die Proteine, die so produziert werden, plötzlich stark ändern und wo auch die körperliche Verfasstheit sich in vielen Aspekten plötzlich deutlich ändert. Das liegt natürlich beim einen ein bisschen früher und beim anderen ein bisschen später. Ich finde aber ganz interessant, alles, was von dieser mechanistischen Sicht, die wir auf den Körper haben, Abstand gewinnt. Und auch das ist so eine Beobachtung, die viele machen, die sagen, man altert etwas schubförmig. Es gibt so Schübe. Man fühlt sich zehn Jahre ungefähr gleich und dann fühlt man sich überhaupt nicht mehr gleich und kann keinen Marathon mehr laufen, sondern nur noch einen Halbmarathon. Also beispielsweise, das wäre sowas, was mit 44 nicht nur unbekannten Menschen passiert sein könnte. Naja, also je mehr man über die Biologie weiß, desto besser kann man sie auch akzeptieren. Nächste Studie, die ich sehr interessant finde. Ketamin scheint ja eine gute Wirkung auf Depressionen zu haben, insbesondere akut. Aber keiner weiß so richtig, woran das liegen könnte. Nun, es gibt jetzt eine Studie, die dazu immerhin eine Theorie aufstellt. Ob die stimmt, weiß man nicht so genau, aber sie hat einige Punkte für sich. Es gibt die lateralen HB0. Jetzt musst du nicht denken, dass ich vorher gewusst hätte, was das ist, aber das sind zwei kaum Erbsengröße Kerngebiete in der Nähe der Zirbeldrüse und die sind bei Depressionen offenbar vermehrt aktiv. Hirnforscher nennen diese Kerne gerne das Antibelohnungssystem, weil die beim Auftreten von negativen, auch selbstkritischen Gefühlen offenbar sehr aktiv sind. Und diese HB0, die haben recht viele NMDA-Rezeptoren. Das ist da der Übertragungsmechanismus der Wahl. Und Ketamin greift, wie wir schon länger wissen, ja gerade eben am NMDA-System an. Hier in rot dargestellt sind diese HB0 und deren Projektionen. Und es gab jetzt eine Studie, wo die untersucht haben, an dieser Stelle, was Ketamin macht. Und ich kann ja jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, weil es recht kompliziert ist und ganz komplett verstanden habe ich es auch nicht. Aber nach Ketamingabe ist diese Aktivität der HB0, die mit negativen und selbstkritischen Emotionen assoziiert sind, signifikant reduziert. Ob das jetzt der einzige Wirkmechanismus ist, der die Wirkung von Ketamin erklärt oder ob das nur ein Teil ist oder ob das eine Ente ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber es ist ein Erklärungsmechanismus, der zeigt, dass da etwas neurobiologisch sein kann, was diese rapide Verbesserung auch neurobiologisch nachvollziehbar macht. Sehr interessant. Studies in Science veröffentlicht, also wirklich hochrangig, guck dir die mal an, wenn du eine Stunde Zeit hast. Nächste auch sehr interessante Studie. Videospiele machen nicht unbedingt mental krank. Und dies in Nature Human Behavior veröffentlicht, also auch sehr hochrangig. Ist auch sehr interessant zu lesen. Es gibt ja viele, die sagen, naja, also Kinder, die Videospiele spielen, also die werden psychisch gestört, Amokläufer, einsam, unglücklich, sozial inkompetent, weiß der Teufel was. Und diese Studie hat mit einer Randomisierung und einer Zuordnung zu Konsolenspielen geprüft, ob das eigentlich so ist und hat auf mehreren Indikatoren der mentalen Gesundheit geprüft, ob diejenigen, die Spiele spielen, jetzt wirklich weniger gesund sind, als die, die keine Spiele spielen. Und interessanterweise ist das Gegenteil der Fall. Also diejenigen, die gespielt haben, waren weniger mit Regression behaftet und waren insgesamt glücklicher, was also Life Satisfaction, was die Lebenszufriedenheit anging, als diejenigen, die nicht gespielt haben. Ja, ich weiß, ist auch nur eine Studie und ein Aspekt. Aber ich bin ja immer der Meinung, man muss auch eine Lanze brechen für Videospiele. Es gibt einfach Spiele, die sehr gute Geschichten erzählen, wo man selbst wirksam sich fühlt und wo man Abenteuer erlebt, die genauso kulturell wertvoll sind wie gute Bücher und die man mal spielen kann, ohne gleich zum Ego-Mahnen zu verrotten. Natürlich soll man nicht 14 Stunden am Tag spielen, sich nicht mehr bewegen und nicht unter Menschen gehen. Aber ein Mittelmaß an Spielen kann sogar besser sein, als gar nicht zu spielen. Ein Mittelmaß an Spielen kann auch was Bereicherndes sein. Ein vernünftiges Maß an Spielen ist nichts Schlechtes und kann manchmal genauso gut sein, wie ein Buch zu lesen. Ich bin da fest von überzeugt. Deswegen erzähle ich immer mal wieder, wenn ich irgendeine Studie finde, die mich da stützt. Kaffee gilt eigentlich als die einzige psychoaktive Substanz ohne relevante Nebenwirkungen. Und das stimmt eigentlich auch. Es macht keine schweren körperlichen Erkrankungen, keine schweren psychischen Erkrankungen und die Abhängigkeit ist auch nicht so schlimm. Man hat schon eine körperliche Abhängigkeit vom Kaffee, aber der kann man auch leicht entkommen. Wenn man Kaffee schlagartig absetzt, hat man am Tag zwei und drei Kopfschmerzen, am Tag zwei bis fünf Müdigkeit, aber nach sieben Tagen ist der Spuk eigentlich vorbei. Aber ein bisschen Wirkung hat es schon und auch vielleicht eine negative. Die Herzfrequenz und der Blutdruck steigen bei chronischen Kaffeekonsumenten schon an. Und vor allem nach Belastungen wie Treppensteigen kann der Blutdruck schon um einige Millimeter Hg erhöht sein. Und einige Millimeter Hg führen schon manchmal dazu, dass man mehr Medikamente gibt gegen den Bluthochdruck. Also diese Wirkung sollte man vielleicht doch erkennen. Wie misst man eigentlich richtig den Blutdruck? Es gab jetzt eine Studie, wo 133 Teilnehmer randomisiert den Blutdruck falsch oder richtig gemessen bekommen haben. Richtig ist, wenn der Arm so auf dem Tisch liegt. Falsch ist, wenn der Arm runterhängt. Und tatsächlich wurde gezeigt, dass wenn der Arm nicht auf dem Tisch liegt, sondern mit der Hand über dem Schoß lag, der systolische Blutdruck schon um 3,9 und der diastolische Blutdruck um 4 Millimeter Hg höher gemessen wurde. Und wenn der Arm, an dem gemessen wurde, komplett herunterhing, dann war der systolische Blutdruck sogar um 6,5 Millimeter höher und der diastolische um 4,4 Millimeter. Und das spielt schon eine erhebliche Rolle, denn das kann schon die Grenze zur Gabe oder Nichtgabe eines Antihypertensivums überschreiten. Also beim Blutdruckmessen muss der Unterarm auf dem Tisch ruhen. Dann misst man in Herzhöhe. Aber man misst nicht nur in Herzhöhe, sondern auch der Unterarm ist ungefähr in Herzhöhe. Das spielt eine Rolle. Wo im Kopf sitzt die Liebe nochmal? Also Liebe ist ja wirklich eine ganz einfache neurobiologische Sache. Da ist der Neurotransmitter Phenylethylamin aktiver. Mehr ist eigentlich nicht los. Es gibt verschiedene Formen der Liebe. Die romantische Liebe, die Elternliebe, die Liebe zu Freunden, zu Unbekannten, zu Haustieren und auch zur Natur. Und dankenswerterweise wurde jetzt in Cerebral Cortex eine Studie veröffentlicht, die zeigt, wo Leute, die durch Geschichten oder durch Bilder in das Gefühl der Liebe versetzt worden sind, eine stärkere Aktivität haben als Leute, die das nicht als Stimulus bekommen haben. Hier mal vergrößert das, was bei Haustierliebe aktiv ist. Also in diesen Bereichen, die teilweise dem limbischen System zuzuordnen sind, aber eigentlich nicht komplett, glaube ich, aber weiß ich nicht so genau. Da ist dann zum Beispiel diese Form der Liebe überaktiv. Haupttransmitter, Phenylethylamin, ein paar andere. Mehr ist nicht los. Also macht euch nicht verrückt. Noch eine interessante Studie, die ist veröffentlicht worden in Brain, auch ein sehr gutes Journal, und zwar zu Long Covid. Bei Long Covid ist es ja so, während der Corona-Zeit hatten wir viele Patienten, die unter Fatigue und Brain Fog und Antriebsmangel gelitten haben. Jetzt wird das seltener, aber wir haben immer noch regelmäßig Patienten, die darunter leiden und das berichten. Und es gab ja bislang überhaupt keinen Laborwert oder MRT-Befund, der das irgendwie erklärte, was sowohl die Behandler als auch noch mehr die Patientinnen und Patienten in Unruhe versetzt hat, weil dann immer die Vorstellung war, naja, dann ist es rein psychisch reine Depression. Aber die Beschwerdesymptomatik passt gar nicht dazu und die Patienten eigentlich auch nicht. Und hier gibt es eine Studie, die mit einem 7-Tesla-MRT tatsächlich Änderungen von Long Covid-Patienten festgestellt hat, relativ zu Nicht-Long Covid-Patienten, wo im Hirnstamm Veränderungen sind, die, wenn man die Studie genau liest, darauf hindeuten, dass hier chronische Entzündungsprozesse abgelaufen sein könnten im Hirnstamm. Zu sehen an einer Hämosyderinablagerung und einer veränderten Reaktibilität ist ein bisschen kompliziert. Aber jedenfalls gibt es hier einen Befund, der bei Corona-Long Covid-Patienten auffällig ist und bei Nicht-Long Covid-Patienten nicht. Wie viel das nun von der Symptomatik erklärt und ob das beim einzelnen Patienten zutrifft oder nicht, das weiß man auch nicht. Man kann das auch nur im Rahmen einer Studie so machen. 7 Tesla-MRTs sind draußen in der Welt nicht für die klinische Versorgung vorhanden. Aber ich finde es ganz interessant, weil es etwas objektiviert, was man mit anderen Geräten oder so nicht findet und was vielleicht doch ein bisschen erklären kann. Dann habe ich hier eine interessante Studie im Ärzteblatt gefunden zum persistierenden postoperativen Opioid-Gebrauch. Denn das ist ja ein Problem. Die Opiat-Krise in den USA ist hauptsächlich dadurch verursacht worden, dass dort Ärztinnen und Ärzte Patientinnen und Patienten Opioide verschrieben haben in Indikationen, für die sie eigentlich nicht gemacht sind und dadurch eine ganze Flut von Abhängigkeiten erzeugt haben. Indiziert sind Opioide bei akuten Schmerzen, etwa im Rahmen einer Operation oder eines Unfalls, bei Tumorschmerzen und natürlich zur Narkose. Aber für die Langzeitbehandlung sind sie meistens nicht geeignet. Es gibt Ausnahmen, aber überwiegend ist es sinnvoll, nach der akuten Phase, die sich in Tagen bemisst, vielleicht Wochen, aber nicht Monaten normalerweise, die Opioide abzusetzen. Und das kann man nicht oft genug sagen, denn es gibt ganz viele Menschen, in deren Kopf so ist, wenn die Schmerzen aber sehr stark sind, da muss man auch monatelang Opioide geben. Die Wahrheit ist, es hilft nur den wenigsten. Den meisten nutzt es gar nichts oder sehr wenig und steht nicht in einem guten Verhältnis aus Nutzen und Risiko. Und dieses zu lange Verschreiben von Opioiden hat auch einen Namen. persistierender postoperativer Opioid-Gebrauch, der ist jetzt nicht wertend, denn es gibt ja einzelne Patienten, die es eben wirklich brauchen. Aber mit diesem Begriff sind eigentlich die Patienten gemeint, die die klassischen Indikationen nicht haben, also keine Tumorschmerzen und keine akuten Behandlungssituationen, die, wo man es eigentlich nicht möchte. Auch in dieser Gruppe gibt es einzelne, die es brauchen. Und da ist es keine falsche Anwendung. Deswegen ist dieser Begriff auch nicht wertend. persistierender postoperativer Opioid-Gebrauch. Aber die Anzahl der Patienten sollte eben niedrig sein, denn es brauchen ja nur wenige, wahrscheinlich wirklich nur die Ausnahmen. Und die Studie ist ganz interessant. Sie zeigt, dass in Deutschland dieser Anteil der Ausnahmen 1,4 Prozent ist, die nach, ich glaube, mehr als sechs Wochen, muss ich nochmal nachgucken, das noch bekommen. Und das ist wahrscheinlich ein ganz vernünftiger Wert, der mit der medizinischen Realität zusammenpasst. Während in Kanada und USA dieser Wert 3,5 bis 6,5 Prozent war, der ist möglicherweise höher. Denn es gibt irgendeinen Wert, der ist realistisch vernünftig. Und dass es hier Unterschiede gibt, finde ich sehr interessant. Die haben dann nochmal geguckt, welche Patienten kriegen denn am ehesten noch sehr lange Opioide nach einer OP und Oberschenkel- und Unterschenkelamputierte stechen hier heraus. Vielleicht sind das aber auch Operationen, die das monatelang nötig machen. Ich kann das nicht beurteilen. Möglicherweise ist es sinnvoll. Und dann wird es nach Operationen unterschieden, auch nach Geschlecht und anderen Risikofaktoren. Das habe ich jetzt mal rausgelassen. Ich finde eigentlich das hier am interessantesten. Es gibt Leute, die das brauchen, wahrscheinlich so ein, zwei Prozent, aber nicht mehr. Und wenn man das mehr Leuten gibt, dann ist das Risiko, Abhängigkeiten von Opioiden zu erzeugen, eben deutlich erhöht. Und man nutzt wahrscheinlich den meisten nicht. Interessante Studie. Dann wollte ich noch sagen, was eigentlich Kaptagon ist. Man liest jetzt in den Nachrichten immer wieder von Kaptagon als Droge, die geschmuggelt und vertrieben wird, die auf den Partys ankommt. Ich wusste gar nicht, was Kaptagon ist. Habe ich also mal nachgeguckt. Kaptagon war früher der Medikamentenhandelsname für Phenethylin. Und das ist ein Sympathomimeticum und Stimulans. Das gehört zur Gruppe der Amphetamine und fällt unter das BTM-Gesetz. Und Phenethylin wird vom Körper in zwei aktive Stimulantien metabolisiert, nämlich das ganz normale Amphetamin und Theophyllin. Theophyllin kennt man ja auch aus der Medizin. Das erweitert die Bronchien und erlaubt es einem besser Luft zu holen, wenn man eine COPD hat. Und es ist insofern auch körperlich leistungssteigernd. Es wurde 1961 erstmalig synthetisiert und früher auch breit eingesetzt gegen ADHS, Narkolepsie, Depression und irgendwelche Schwächezustände. Und es scheint im Vergleich zu Amphetamin etwas weniger Nebenwirkungen zu haben. Und die Entwicklung einer Abhängigkeit scheint ein bisschen niedriger zu sein. Und es wurde sehr lang im Sport eingesetzt, beispielsweise im Fußball. Da kann man sich schon vorstellen, dass auch das Theophyllin natürlich eine willkommene Wirkung hat und auch das wach- und aggressivhaltende willkommene Wirkung war. Und es wird auch gegenwärtig und wurde traditionell immer viel auch bei Soldaten eingesetzt. Nun, die Dopingkontrollen erfassen es. Ich glaube, im Fußball ist es jetzt keine häufig verwendete Substanz mehr. Aber es wird jetzt eben zunehmend häufig als Rauschdroge eingesetzt. Und man liest jetzt viel davon, weil der Markt, also Kaptagon oder wie man auf Medizinisch sagt, Phenethylin häufiger zeigt an den unterschiedlichen Stellen. Der Drogenkonsum scheint sich sowieso im Moment deutlich zu ändern. Ich war neulich zu Besuch in einem Drogenkonsumraum. Und da sieht man ja immer ein bisschen, was im Moment so üblich ist. Früher waren diese Drogenkonsumräume so, dass überwiegend Heroin intravenös konsumiert wurde, auch Heroin geraucht wurde. Und das wird jetzt weniger und deutlich mehr wird Crack konsumiert, auch in Drogenkonsumräumen. Und das ist ja gut, dass die Konsumenten da hingehen. Dann kann man Hilfe anbieten, also in Behandlung der Suchtkrankheit, aber auch in Behandlung von körperlichen Erkrankungen, die mit der Crack-Abhängigkeit ja oft einhergehen. Abszesse, Entzündungen und so. Und man sieht eben, wie viel mehr Crack jetzt eine Rolle spielt und dass Heroin auf dem Rückzug ist. Und das liegt möglicherweise daran, dass Heroin teurer wird und schwerer zu organisieren ist. Ich hatte hier schon mal berichtet, weil in Afghanistan einfach weniger Opium angebaut wird. Und Crack ist auf dem Vormarsch. Und Stimulantien sind ja allgemein ein bisschen auf dem Vormarsch. Was ich auch eine gute Entwicklung finde, ich will das auch noch mal sagen, ich habe das schon mal gesagt, Drug-Checking ist ja eine sinnvolle Methode, um die Reinheit der Drogen auf der Straße zu prüfen, um zu gucken, ob es da Beimengungen von anderen Substanzen oder unerwünschten Substanzen gibt. Das kann man auf Partys machen. Berlin ist da ziemlicher Vorreiter. Aber auch in Nordrhein-Westfalen gibt es offenbar eine Offenheit, dieses Thema zu verfolgen. Auf Partys ist natürlich am allerbesten, aber auch schwer zu organisieren. In Drogenkonsumräumen würde es sich auch anbieten, dass die Konsumenten die Droge von ihrem normalen Dealer da mal hingeben. Und selbst wenn man dann erst am nächsten Tag das Ergebnis bekommt und dann sehen kann, was ist da eigentlich drin, ist das verunreinigt und was ist das eigentlich für ein Zeug, das spricht sich schnell rum auf der Straße und kann ein bisschen externes Qualitätsmanagement der sonst ja nicht kontrollierten Drogendealer sein. Also Drug-Checking ist eine sehr gute Sache. Das hilft einfach, dass Überdosierungen und Vergiftungen und Unfälle verhindert werden. NRW ist da, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Das soll in NRW, was man so hört, auch vermehrt kommen. Und zum Abschluss habe ich noch den Begriff Faultiermilch. Das habe ich, glaube ich, in der Zeit gelesen von einem Anästhesisten, Frank Marx. Neulich hatte ich es mit einem siebenjährigen Kind zu tun, das angab, bei seiner ersten Narkose zum Einschlafen Faultiermilch bekommen zu haben. Gemeint war natürlich der Wirkstoff Propofol, eine milchig-weiße Emulsion, die wir in der Regel bei Narkosen spritzen. Ich fand den Ausdruck so süß, dass ich ihn inzwischen bei Erwachsenen in der Aufklärung verwende. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich Propofol nicht Faultiermilch nennen soll. Also das ist einfach angemessen. Gut, alle Links gibt es im Newsletter. Wenn du den PsychKast-Newsletter noch nicht abonniert hast, musst du das sowieso jetzt tun. Entweder indem du diesen QR-Code scannst oder auf psychkast.de gehst, da gibt es natürlich auch den Link. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so Interessantes erlebt habt und was ihr von dem haltet, was hier bislang so dargestellt wurde. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017